Hallo liebe KSV-Familie. Ich bin Emilia Damm und das ist mein Bruder Matteo. Wir wollten euch zeigen, was unser Papa tagsüber so macht. Wir starten den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück. Und der Kaffee schmeckt besonders gut. So, hier hast du die schriftliche Addition. Schule muss auch gemacht werden. Der Papa ist ganz schön streng. Und Gartenarbeit steht auch auf dem Programm. Und zwischendurch befreit er unseren Teich vom Schlamm. Pause muss auch sein. Sport darf natürlich auch nicht fehlen. Abends Couching und Fernsehen. Und ein Bierchen vom Kronenbacher. Hallo ihr Lieben. Das war ein kleiner Einblick von dem, was ich tagsüber so mache, ohne Fußball. Die Idee hatten meine Kids unter dem Motto, stay at home, bleibt zu Hause. Ich weiß, dass ihr das in den letzten Tagen sehr oft gehört habt. Aber das Problem ist, dass es einige immer noch nicht verstanden haben. Tut wirklich nur das Nötigste, wie Arzt, Apotheke, Einkaufen. Es geht um eure Gesundheit. Es geht aber auch um die Gesundheit eurer Mitmenschen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Wo ist mir eigentlich egal, ob beim Training im Aue-Stadion oder sonst wo. Hauptsache, wir sehen uns gesund wieder. Bis dahin, haltet durch. Euer Tobi Damm. Bis dahin, haltet durch.